Jo Leute und damit herzlich willkommen zu meinem ersten Video auf diesem Kanal. Ja, auf diesem Kanal laufen verschiedene Sachen, wie zum Beispiel jetzt die Früchtellkarriere. Es könnte aber auch passieren, dass ab und zu mal andere Spiele auf meinem Kanal zu sehen sind. Damit viel Spaß beim Video. Ja Leute, wie gesagt, das ist heute ein Video von der Früchtellkarriere. Die Karriere wird denke ich über mehrere Saisons laufen. Ich hoffe vielleicht sogar komplett durch. Ich werde immer bloß, also ich werde nicht alles zeigen, sondern bloß die spannenden Momente. Also keine Sorge, ich werde nicht das komplette Spiel laufen lassen, weil das ist Schwachsinn. Ja, wer hätte es gedacht, wir dürfen im Einstiegsturnier gegen PSG spielen. Ein sehr interessantes Match. Ich kann euch ja gleich mal zeigen. Ich spiele auf Legende, 6 Minuten, um natürlich ein bisschen mehr Spannung im Spiel drin zu haben und vielleicht mehr Torwart-Szenen zu sehen. So, und damit ist das erste Spiel in dieser Karriere eröffnet. Hoffentlich schaffen wir es, hier was zu halten. Wieder PSG. Mal gucken, was jetzt kommt. Ah, er ist... Erster Ball, den wir gehalten haben. Jawohl. Auch wenn der ziemlich schlecht geschossen war. Ah, da kommt wieder PSG. Und den... Ah, den... Ja, ich wollte ihn eigentlich fangen. Egal. Muss weitergehen. Puh, das wird hier echt ein spannender Spiel. Ja, das ist durchaus frustrierend für die Abwehr, wenn der Gegner so diszipliniert auftritt. Wenn er das Kürzpaar-Spiel so meisterlich beherrscht. Können Sie die Führung werden? Den haben wir. Super. Ah, schlecht abgeschlagen von uns. Das ist gar nicht gut. Okay, der Ball... Ist ja erstmal im Abseits. Wichtig. Erstmal wieder durchatmen. Puh. Den hätten wir nicht gehabt. Das war... Doch, den hätten wir sogar gehabt. Alles gut, Jungs. Weiter geht's. Ah, jetzt Robben vielleicht mit einer Flanke. Ah, Sanchez. Oh, starke Reaktion vom Keeper. Leider auch angeschossen, aber... Gut, ne? Kann man nichts machen. Jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Und jetzt PSG. Das darf nicht passieren. Oh, den haben wir. Und wieder PSG. Diese Bayern-Abwehr. Weiß gar nicht, was hier passiert. Der Ball ist drin. Fehler von mir. Oh, Jungs. Der nächste Schuss. Man kann sagen, was man will. Aber ich glaube, wenn wir nicht im Tor ständen... Der Ball ist... Ne, dagegen kann man einfach nichts mehr machen. Das war's. Die Bayern-Abwehr komplett überrannt in dieser Szene. Ich weiß selbst gerade nicht, was hier passiert. Die Bayern-Abwehr wird hier komplett überrannt. Und wenn Neymar dann so einen Hammer rauspackt... Ich hätte wieder spekulieren können, dass der nach links geht, aber... Damit kann man nicht rechnen. Vor allem, was für ein Wumms da hinter wieder war. Keine Chance. Und schon wieder PSG nach vorne. Dagegen kann man nichts mehr machen. Ja. Das war das Spiel. Ich muss sagen, zwei Dinger waren meine Schuld. Nehme ich auch... Nehme ich auch zurecht auf mich. Zwei Sachen. Einmal, wo ich mit dem Keeper da nach rechts gegangen bin. Und er dann nach links geschossen hat. Und wo ich gerade rausgerannt bin. Obwohl ich sagen muss, selbst wenn ich drin geblieben wäre, wäre der Ball drin gewesen. Sage ich ganz offen. Der Ball wäre drin gewesen. Naja gut, ne. Dann sehen wir uns in der nächsten Partie. Oh, erste Parade, glaube ich, jetzt von uns. Wenn ich mich jetzt nicht richtig täusche. Joa, müssen wir mal weiter gucken, wie es so weiterläuft. Ja, ich glaube, den Angriff darf ich nochmal laufen hier. Oh Gott. Und da ist der Ball drin. Aus nichts. Ich habe damit gar nicht gerechnet. Schönes Tor von Robben. Ein Traumtor. Gucken wir uns das nochmal an. Damit habe ich gerade gar nicht gerechnet. Das war eigentlich praktisch das Neymar-Tor. Auf einmal ist der da irgendwie frei und haut da ruf. Ja. Schön geschossen. Gut. Weiter geht's. Lassen wir es nochmal laufen. Und dann... Wunderbares Tor. Boah, da kann auch der Keeper von Menuh nichts gegen machen. Boah, direkt im Nachhinein. Anstoß und fast ist der Ball wieder drin. United mit viel Platz auf außen. Hereingabe jetzt. Gut aufgebaut. Den haben wir. Der Ball ist weg und jetzt könnte der Gegner anreißen. Die Abschläge von mir sind echt verdammt schwach. Dazu kann man nichts anderes sagen. Wirklich. Das muss ich auf jeden Fall auch noch üben. Oh. Gott sei Dank auf Mann. Ich lasse es jetzt einfach hier komplett durchlaufen. Das wird hier einfach... Zu spannend. Und ich kassiere schon wieder ein Ecken. Schon wieder ein Kopfballtor. Das gibt's doch nicht. Den haben wir. Ich will hier auf keinen Fall verlieren. In diesem Spiel muss ein Sieg werden. Auch wenn ich mir persönlich nicht die Schuld zuschieben kann. Das ist trotzdem sehr, sehr bitter, wenn wir hier verlieren. Ich meine, gegen PSG konnten wir nichts machen. Die haben uns einfach im zweiten Durchgang so extrem überrannt. Gegen Manu war es zum Schluss ziemlich ärgerlich, dass wir da noch ein Kopfballtor kassieren. Von dem her hoffen wir mal, dass diese Partie zugunsten unserer ausgeht. Das sieht schon wieder nicht gut aus. Gott sei Dank war es bloß Mané. Und den haben wir. Okay, der war auch nicht gut. Zu Martinez erstmal. Und dann mal gucken, wie es weitergeht. Diesmal habe ich mich echt nicht bewegt. Das ist echt ätzend. Diese Macht. Gucken wir uns das nochmal an. Ich bleibe genau da stehen und. Ich bin sogar nach links gegangen. Und der bleibt ganz normal stehen und legt sich so hin. Den haben wir. Gut. Der war jetzt auch nicht so platziert. Aber trotzdem wieder an der unteren rechten Ecke. Mal gucken, wie es weitergeht. Wenn er näher dran gewesen wäre, wäre er bald drin gewesen. Und schon wieder Liverpool. Die ärgern uns echt. Das kann nicht wahr sein. Ich meine, wir haben unsere Szenen, wo wir echt gut sind. Und diesmal haben wir ihn mal. Bayern lässt die Schultern komplett hängen. Es passiert nichts nach vorne mehr. Einfach nur noch hinten einmauern. So fühlt es sich gerade an. Und versuchen, dass der Keeper was hält. Das ist für mich gerade einfach viel zu schwach. Schwach. Oh Gott. Der Spieler ist dazwischen gegangen. Es ist Bewegung auf der Bank. Gleich kommt es zu Wechsel. Bei der nächsten Unterbrechung wird der neue Mann kommen. Oh mein Gott. Machen wir hier hinten Fehler. Und dagegen kann man nichts mehr machen. Das war heute mein drittes Tor. Liverpool überrennt uns komplett. Wir haben es jetzt nochmal probiert, irgendwie etwas zu tun. Aber wie der sich diesen Laufweg nimmt. Das ist einfach Weltklasse. Und auf diesem Niveau sind wir einfach noch nicht. Und da geht es doch mal. Bayern trifft. Das gibt es doch nicht. Endlich trifft Bayern auch mal wieder. So Jungs. Und das war es. Ein Pfeif-Konzert vom Feinsten heute. Keine Chance gehabt. Okay. Jetzt wissen wir es. Wir wären noch nicht mal weitergekommen, wenn wir gegen Liverpool gewonnen hätten. Schade. Auf jeden Fall. Gut. Dann gehen wir mal auf eine Aktion und ein Transfer anfragen. Weil für mich persönlich macht es einfach keinen Sinn. Hier weiterzumachen. Es ist einfach so. Ich meine kürzliche erfolgte Bitte um Transfer. Okay. Ich werde umgehend auf die Transferliste gesetzt. Damit haben wir es geklärt. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir eine Anfrage bekommen haben. Ja Leute. Ich will bloß noch mal vorab sagen, bevor die zweite Folge startet, dass ich zu den Portland Timbers gegangen bin. und wir werden dann gegen wie heißen jetzt Dynamo ne gegen ja Hasten spielen. Keine Sorge. Ich werde jedes Spiel euch zeigen. Die Highlights. Und ja von dem her haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und Ciao.